Hallo, wir sind Nuventura und wir wünschen uns eine Zukunft, in der unser Energiebedarf unseren Planeten nicht zerstört. Was tun wir also dafür? Es gibt viele Treibhausgase, die unser Klima verändern. SF6 ist eines dieser Gase und es ist das stärkste Treibhausgas, das wir kennen. SF6 wirkt 23.000 Mal so stark auf das Klima wie CO2, das bekannteste Treibhausgas. Es wird hauptsächlich in sogenannten Schaltanlagen für Stromnetze verwendet. Wir haben es uns daher zum Ziel gemacht, SF6 aus den Stromnetzen zu beseitigen. Deshalb haben wir eine neuartige Schaltanlage entwickelt. Unsere Schaltanlage verwendet anstelle von SF6 normale Luft, also Luft, wie wir sie alle atmen. Diese Technologie ebnet den Weg dafür, Stromnetze ohne SF6 zu realisieren und schlussendlich jährliche Treibhausgasemissionen in der Größenordnung von 100 Millionen Autos zu vermeiden. Nuventura will dafür einen Wandel in den Köpfen der Energieversorger dieser Welt erzielen. Wenn wir Start Green gewinnen, heißt das für uns, wir sind nicht allein auf unserer Mission. card-Grarmermermermermermermermermermer... ... Untertitelung des ZDF, 2020